Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit dem Mark Acker Doomsday auf der neuen Map unterwegs. Total ungewohnt, Mark Acker Doomsday zu sagen, weil normalerweise sage ich fast immer Mark Acker Handwerker, weil wir so oft miteinander spielen. Und der gute Handwerker, der hat die Runde davor und die Runde davor und so weiter auch mit uns gespielt und das lief überhaupt nicht an diesem Tag oder an diesem Abend. Und dann ist der Mark ins Bett gegangen und der Mark Acker Doomsday und ich haben eine Duo-Runde gespielt und bekanntlich ist es ja dann meistens so, wenn es im Trio nicht läuft, ist es im Duo wahrscheinlich besser. Aber das müsst ihr selber schauen, wie die Runde lief. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar für einen Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß! Ich bin jetzt nicht so, wenn es nicht so, Heritage? Yes. Na toll. Das geht irgendwie über die Versicherung, ne, mit der Scheibe. Die Bayou Allianz zahlt das. Oh, hier sind Raben auf der Mauer. Nein! Doch. Ich hätte das nicht gerafft, dass sie bei mir sitzen auf der Mauer. Ich wollte noch pingen, aber ich war so nah davor, dass ich direkt vor Panik nach hinten weggelaufen bin. Äh, Houston? Eif, kann ich machen? Ne, ist schon weg. Ist weg? Okay, nice. Irgendweiß habe ich. Pissflitcher? Oder hast du woanders hin? Aber wir können noch Weeping, guck mal, das ist direkt neben uns. Ja. Ja, wir müssen ihn nur noch einholen. Weeping mag ich nicht so gerne. Weeping ist so der Treffpunkt immer. Creme von uns? Ich hab's gewusst. Ja, Weeping sind die drin. Gerade sag ich's noch. Ja, das ist so ein bisschen wie Lawson Station und auch 4 und so. Da gibt's halt zwei Clues. Was? Ich sag mal eher Healing. Oh nein, hier sind Hunde. Ja, Healing ist natürlich, äh, ja. Ich brauch Hilfe. Ich kann nur einmal schlagen. Zweimal. Mann, Aschfali kommt auch noch. Ne, das ist ja gar nicht Aschfali. Jetzt hab ich den beiden verloren. Mit dem letzten. Ich hör was, Marc. Ne, die sind nur im Kompound. Mhm. Sollen wir heilen? Ja. Sind nicht wir? Direkt links neben uns laufen sie. Ich hab dann doch was gehört. Ja. Hat Hit? Ja. Im Wasser unten? Ja. Da kommen noch ein Team. Lass uns reingehen. Lass uns, lass uns die. Ich sag's, wie es ist. Das ist dieser Kompound. Das ist der Treffpunkt schlechthin hier. Kann ich treppen hier das rote Fass? Ja. Oh, ich mach die Hülle aus. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Direkt vor uns. Hier. Sagt nur den. Armin? Nice. Ich bin tot, ne? Ich lieg oben. Der hat mich vom Kompound aus angeschossen. Oben drauf hat er gestanden. Was? Er bin getroffen. Einer ist taus... Ne! Oh, du wärst fast mit dem Kopf daneben. Eieieieiei. Bist aufgestanden und hast fast... Komm von links ran jetzt. Hör's. Ich bin hier nicht gern in dem Haus. Was? Fass? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich fass, Marc. Ich fass. Scheiße, ich doch die ist gut. Wuh! Wuh! Was ist denn hier los? Sag mal. Der kommt ran. Nate? Habe ich. Scheiße. Einer, zwei? Ein, ein, ein. Waren da zwei? Weiß ich nicht. Den Kompound sind auf jeden Fall auch hier. Der war ja völlig lost. Ja, der hat ja vom Fass schon einen Hit gehabt. Darf ich die Dolch nehmen? Ja, unbedingt. Da ist noch einer. Ja. Oh, ich geh mal hier runter, Marc. Ich höre ihn schleichen. Auf jeden Fall im Hauptgebäude. Ich brenne mal den Typen hier ab. Das ist nämlich der Mate von dem... Ja, das sind auf jeden Fall zwei Mann hier. Ah, okay. Okay. Hier ist zu. Ecao. weak pulido. June. Wyh,اغ. und der von aber was war nicht hier vor mir drin irgendwo das war eine primär warst du ich habe ihn nicht sterben hören doch doch safe gestorben drin ja der clou ist rot er hat einen aufgehoben glaube ich ja einen aufgehoben einer down hast du info direkt neben mir muss mich heilen wo ist er unten der ist hier oben scheiße kaktus was heißt er hat sein kumpel hat er aufgehoben glaube ich ja hat er so ihr beiden warte mal mark und der andere ist ultra low er lebt noch ja der andere lebt noch gute nacht bis morgen tschüss ich habe den wieder auf schön mark Nice, saustark Jetzt ist sie aber die Pumpe gegangen Ich hatte nicht damit gerechnet, dass der immer noch sitzt Und als ich ihn im Augenwinkel gesehen habe, habe ich kurz gedacht, jetzt drückt er ab Es war natürlich jetzt astrein, dass ich draußen ne Dicks gefunden habe Dem einen hast du glaube ich nur ins Knie geschossen, der ist umgefallen Weiß doch Ich lass die Munition nennen Brauch ich eigentlich auch Ich brauch dringend den Boss Ich habe schon mehr wieder Würmersuche betrieben als sonst was So viele Teams kann nicht mehr sein Ne Schnell hin Wenn du Special Amo siehst Schreie ich Brauch ich Aber wir müssen jetzt schneller hin, sonst würde ich zum Wagen eben gehen Zwei Nitro Schuss habe ich noch Bayou Allianz Hier ist leider nichts Nein, 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 nein Jetzt muss ich mit 75 da fighten Ja und ich habe jetzt noch zwei Nitro Schuss Ich müsste mal ein Abstecher bei Bayou Allianz machen, ich brauche eine Lebensversicherung Ich glaube es sieht nicht so gut aus für mich Hier ist Falle, Achtung Ja Der ist draußen Ja Ich gehe hinten rein Wenn ich es schaffe Mal leise, leise, mich hat noch keiner gehört Bleib einfach mal hier richtig drängend Was? Nice Tschüss Anzünden oder nicht anzünden? Ja Nein Ist tot Ist tot Ist tot Ich versuche mal zu löschen, falls ich ihn dann gezündet habe Ja Ja Viel gemacht, Jan Ja ebenso Das war deine Runde Sensationell Oh Alter Ich habe hier so viel Was war das? Ich habe hier so viel vor mir Ich glaube der Server ist clear Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch hier irgendwo jemand sitzt Ja, wir können ja mal kurz überlegen Also zwei sind raus Zwei haben wir hier erschossen, sind vier Zwei habe ich im Gebäude erschossen, sind sechs Zwei habe ich im Gebäude erschossen, sind sechs Zwei Lagen draußen sind acht, wir beide zehn Also maximal noch zwei player Hast du die die raus sind mitgerechnet? Ja Ja Die beiden die raus sind zwei Aber die hatten ja auch ein Fight glaube ich Also ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube der Server ist clear Ich glaube auch der ist clear Ich gucke mich mal rum Ja 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 Nix Ab nach unten Du kannst hier noch looten Hab ich Wir haben elf Kills, da hast du acht Stück gemacht Sauber Wann ging die Runde los? Ähm Warte, sag ich dir gleich Kann gerade noch hingucken 22 Uhr schätze ich Oh, hast du acht Kills gemacht, what the fuck Da hat der Mark rasiert, das hat er richtig gut gemacht Also Chapeau, Respekt, richtig, richtig geil Ähm Da oben in dieser Hütte bei Weeping Furchtbar, ja Also generell Weeping mag ich nicht so gerne Es ist okay Aber mir geht dieses große Laufrad extrem auf die Nerven Ähm Ganz furchtbar Und Weeping treffen sich irgendwie immer alle Teams Das ist richtig krass Wir haben fast immer Weeping Kampf Ja und wie ihr hier gesehen habt Da war ja extrem viel los Also Wahnsinn Ähm Ja, dass wir da oben in dieses Haus sind Da war ich nicht so glücklich mit Vor allen Dingen ich mach das Fenster auf Bin direkt tot Und ähm Mark knallt im selben Moment unten einen ab Ich konnte es nicht besser schneiden Ähm Das ist dann halt oben nur leider klein im Eck gewesen von Mark Aber ähm Ja So habt ihr wenigstens den Kill auch mal gesehen Und so wie ich gestorben bin Ähm Ich weiß gar nicht durch was ich gestorben bin Ich glaube die Nitro hat mich gekillt Die ja dann der Mark zum Glück aufgenommen hat Und ähm Gut rasiert hat da oben drin Hat er echt gut gemacht Den einen den ich hinter oben dem weißen Haus geholt hab Der war völlig lost Ähm Der hat sich glaube ich gerade geheilt oder so Aber der saß auch mitten im Rauch Ähm Das war absoluter Freakill für mich Aber generell war für mich die Runde nicht so toll Aber So ist es halt manchmal ja Ähm Dass wir den Boss nicht banischen konnten da oben Und ich mit 75 Leben da hochgegangen bin Uh Ich hatte kein gutes Gefühl Ich dachte oh scheiße das geht schief Ich hab ja schon gesagt Ich möchte eine ähm Lebensversicherung abschließen Bei der ähm Bayou Allianz Ähm Es ging aber gut Der Typ hat überhaupt nicht mit mir gerechnet Beziehungsweise ich mach das ja häufig Wenn jemand irgendwas wirft Dann pushe ich den Und das geht auch meistens gut Weil die Leute rechnen einfach nicht damit Dass sie dann abgeschossen werden Und selbst wenn sie mich rechtzeitig sehen Bis äh Die die Waffe gewechselt haben Hab ich schon zweimal geschossen Oder dreimal Also von daher naja Ähm Ähm Tatsächlich den einen den Mark unten gekillt hat Ich glaube das war ein Kane oder so Ich hab den überhaupt nicht gesehen so richtig Ne In der in der View Das war richtig richtig krass Aber er hat ihn ja zum Glück gehört Obwohl ich dazwischen gequatscht habe So ich hoffe die Runde hat euch gefallen Ähm Denkt an Twitch Es gibt momentan Twitch Drops Und ich streame jeden Tag Ich versuche schon ab 16 Uhr zu streamen So bis 18 Uhr Dann kleines Break Und dann zwischen ähm 19 und 22 oder 23 Uhr Ähm Stream ich halt auch nochmal Würde mich sehr freuen Wenn ich euch sehe Findet mich auf Twitch Ähm Unter 1049.de Wie hier Also selber Name Und jetzt wünsche ich euch Einen ganz ganz tollen Tag Achso Denkt an meinen TeamSpeak Das ist unten verlinkt Genauso wie Game.de Die haben mir den extra für euch Zur Verfügung gestellt Könnt ihr jederzeit nutzen Ich bin da auch immer drin Zum Aufnehmen Game.de könnt ihr auch Sehr gerne mal besuchen Würde mich sehr freuen Gerade wenn ihr selber TeamSpeak Mumble Root Server Game Server Webserver etc. sucht Seid da in einer super Adresse Mein Discord ist verlinkt Und jetzt aber Einen ganz ganz tollen Tag Und wir sehen uns morgen früh Pünktlich Um 9.30 Uhr wieder Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal